Betroffene Frauen in Deutschland können sich nicht auf das allgemeine Diskriminierungsverbot beziehen, um Schadensersatz für fehlerhafte Brustimplantate aus Frankreich einzufordern. Das urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. In dem Fall hatte eine Patientin aus Deutschland geklagt, die Geld von der Haftpflichtversicherung des französischen Herstellers verlangte. Für viele der Betroffenen ist damit immer noch nicht klar, ob sie Schadensersatz bekommen. Bislang ist der Versicherungsschutz auf Frauen in Frankreich beschränkt. Ein Riss, der gefährlich werden kann. Denn die Brustimplantate des französischen Herstellers waren nicht mit Medizinsilikon gefüllt, sondern mit einem billigen Ersatz aus der Industrie. 2010 flog der Pfusch auf und noch immer versuchen Frauen Schadensersatz zu erstreiten. In Frankreich musste die Allianz für dortige Haftungsfälle einspringen. Für Operationen in Deutschland sieht sie sich dagegen nicht in der Pflicht. Bisher nicht endgültig geklärt ist, ob auch der TÜV haftet. Er hatte die Qualitätssicherung bei PIP überprüft und den Pfusch nicht erkannt. Der Bundesgerichtshof entschied zunächst, dass der TÜV nichts falsch gemacht habe. Er sei etwa nicht zu unangemeldeten Kontrollen verpflichtet gewesen, weil es keine Hinweise auf einen Betrug gegeben habe. Ein späteres Urteil ermöglichte eine Haftung dann doch. In Frankreich sollte der TÜV Klägerinnen rund 60 Millionen Euro zahlen. Auch dieser Prozess musste aber neu aufgerollt werden. Gegen den Gründer der Herstellerfirma gab es einen Strafprozess. Vier Jahre Haft lautete das Urteil in erster Instanz. Bevor es rechtskräftig werden konnte, starb der Mann jedoch. Die Haft trat er nie an. Meine Kollegin Claudia Kornmeier aus unserer ARD-Rechtsredaktion hat den Prozess beobachtet. Wie hat der EuGH dieses Urteil nun begründet? Der EuGH hat hier gesagt, das war kein Verbot gegen die Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit. Weil es ist so, damit dieses Verbot greift, braucht es eine Situation, die europarechtlich geregelt ist. Und hier ist es so, Frankreich verpflichtet Hersteller von Medizinprodukten dazu, sich zu versichern. Das ist aber eine französische Besonderheit, also keine europarechtliche Vorgabe. Also hat man hier keinen Bezug zum Europarecht. Und dann kam auch noch hinzu, dass die Frau sich in Deutschland hat operieren lassen, also dort, wo sie wohnt. Also auch hier kein Bezug zum Europarecht. Und das hat dann eben zur Konsequenz, dass dieses Diskriminierungsverbot im Europarecht nicht greift. Was bedeutet das Urteil jetzt für die Klägerin? Also es bedeutet, dass ihre Klage gegen die Versicherung quasi aussichtslos ist. Formal geht das zwar noch mal zum Oberlandesgericht Frankfurt zurück. Dort hatte sie geklagt. Und das Gericht hatte dann die Sache hier dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Aber der muss sich daran halten, was der EuGH jetzt hier gesagt hat. Und damit ist die Klage quasi aussichtslos. Haben denn die Geschädigten mit dem heutigen Urteil alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft? Also auch die Klägerin hier selbst, die hat nicht nur gegen die Versicherung geklagt, sondern auch gegen den TÜV. Weil der hatte ja damals die Qualitätssicherung des Herstellers überprüft und diesen Pfusch nicht entdeckt. Und deswegen steht die Frage im Raum, ob denn der TÜV haftet, weil er vielleicht nicht alles richtig gemacht hat bei der Überwachung. Und diese Frage ist nach wie vor offen, nicht geklärt. Da gab es noch mal ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Der hat das noch mal so ein bisschen an die unteren Gerichte zurückgegeben. Die können jetzt noch mal gucken, ob dort wirklich alles richtig gelaufen ist. Bisher sind diese Klagen aber erfolglos geblieben. Also bisher ist nie am Ende herausgekommen, dass eine Frau da Schadensersatz bekommen hat. Trotzdem, nach wie vor steht da ein Fragezeichen dahinter. Sind das denn noch viele Frauen, die klagen nach all diesen Jahren? Nein, das sind mittlerweile nicht mehr so viele. Es gibt in Deutschland ungefähr 5000 betroffene Frauen. Einige hatten da auch geklagt. Aber viele Klagen sind mittlerweile rechtskräftig abgeschlossen. Eben mit dem Ergebnis, dass die Frauen kein Geld bekommen haben. Es sind jetzt so ungefähr 50 Klagen noch anhängig, also liegen noch bei den Gerichten. Das ist eine Zahl, die ein Patientenanwalt uns mal genannt hatte. Also da könnte es noch etwas Bewegung geben. Aber die Hoffnungen sind doch eher gering. Lassen Sie uns doch noch mal kurz nach Frankreich schauen. Wie ist denn die juristische Aufarbeitung dieses Skandals eigentlich dort gelaufen? Also da hatten wir ja auch gerade eben in dem Beitrag gesehen, gab es einmal einen Strafprozess gegen den Gründer der Herstellerfirma. Auch ausgegangen mit einer Verurteilung. Er sollte dort für vier Jahre in Haft gehen. Hatte sich aber dann gegen dieses Urteil noch mal gewehrt. Und ist im vergangenen Jahr dann gestorben, sodass er diese Haft nie antreten musste. Und daneben gab es auch Schadensersatzprozesse gegen den TÜV. Die sind unterschiedlich ausgegangen. Da gab es einmal eine Sammelklage mit dem Ergebnis, dass ungefähr 20.000 Frauen insgesamt 60 Millionen Euro Schadensersatz gezahlt werden sollte. Aber auch dieser Prozess musste dann noch mal in eine neue Runde gehen. Und die Gerichte haben da in Frankreich durchaus unterschiedlich entschieden. Claudia Kornmeier, vielen Dank für diese Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank.